So, meine Freunde, ich stelle euch heute mal das wohl realistische Game vor, was ich seit langem gezockt habe. Ähm, ja, eigentlich geht's nur darum, dass du halt mit einem Bär, wie üblich, in einem Auto sitzt und auf der Suche nach Essen bist. Der Bär will also überwintern, hibernation, von daher fahren dann halt die ganzen Bären im Park mit Autos rum, das ist ja ganz normal. Kennt man ja aus dem echten Leben. Starten wir einfach mal das Auto hier. Okay, Drive. Wow. Also wie gesagt, du musst, du musst Fische finden, die, die sind hier im See, nebenbei noch Autofahren und Lenken, wunderbar, super geklappt. Die Störung ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Lecker Tanzzapfen kann man, ah, komm, wenn du überleben willst, du musst auch andere Sachen essen. Dann müssen wir noch Tanzzapfen mal herhalten. Dann muss ich euch ja alles mit der Maus. Zieh rum, das Ding. Da war doch gerade noch ein See. Drifte rum, drifte rum. Gegenlenken, gegenlenken. Da hinten ist ein See, da hinten ist ein See, da sind große Dinger drinne. Rein driften, zieh rein, zieh rein, das Ding. Komm schon, hier war doch ein See. Ah, hier war ein See. Dann siehst du da ein Anderen Bären zum Beispiel. Die sind alle auf der Suche nach Essen. Oh, da rechts, 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 rechts. Oh, okay, vor uns. Und die ganzen Sachen und blockieren natürlich mein Pedal. So, jetzt. Gib Gummi. Ja. Oh, das ist ein Großer, komm. Friss ihn. Auch dein Schwanz, komm, jetzt mach hinne. Ah. In reverse, put it in reverse. Hier kann natürlich auch hier einfach die Uhr nehmen. Hier raufpacken. Oh nein. Jawoll! Zückel rum, zückel rum! Gleich rinne den Vorwärtsgang und rum! Oh! Mann, hier sind so viel Zeug unten! Weg! Das Ding! Nein! Ah! Jetzt greift das Lenkrad, du Scheißbär! Alter! Nein, meine Uhr! Komm schon! Ah, ne falsche Richtung, falsche Richtung! Oh, du bist so ein behinderter Bär! Ah, der braucht eine mega lange Arme! Und natürlich nur einen! Der andere Arme hängt nicht aus dem Fenster raus, ganz cool! Jetzt verpiss dich! Jetzt gibt es Stoff! Gegenlenken, 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 gegenlenken! Zurück! 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 Oh nein! Gibt Stoff! Alter! Die ganze Zeit noch mal im ersten Gang hier! Wir werden es mal mit dem zweiten! Oh mein Gott! Hier war doch gerade ein See! Jetzt ist der See wieder nicht da! Oh! Doch hier rechts, rechts! Egal, wir nehmen den da hinten! Wir nehmen den einfach chill da hinten! Wir haben ja Zeit! Oh mein Gott! Ah! Nein! Los! Zickel das Ding rum! Ja, ja! So weit, so gut! So weit, so gut! Komm! Zickel rum! Diese scheiß Steuerung! Oh! Rückwärtsgang! Ja, lecker Steine! Komm! Weg mit dem Mist! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier sind zu viele Sachen! Das Ding ist ja im Dauergas! Müsste wieder der Mutter hochfliegen jetzt! Geh innen! Rückwärtsgang! Oh! Kupplung klemmt ein bisschen! Kenn ich vor meinem Golf! Das ist da nicht anders! Alter! Die Reifen vor allem durchdrehen hier! Überhaupt keine Bodenhaftung würde ich mal sagen! Jetzt pack den, den Vorwärtsgang rein! Oh! Ey! Pack den Vorwärtsgang! Ja! Okay! Bisschen einlenken! Ah! Wie kommen wir jetzt da rum? Das ist ein bisschen eng, ne? Jetzt durch! Ja! Kein Stein! Fress ihn! Fress ihn! Fress ihn! Fress ihn! Mein Auto ist auch ziemlich voll! Mann, du bist ein Bär! Steck ihn einfach komplett in den Mund rein! Alter! Hier hinten haben wir schon ein kleines Bäuchlein, ne? Ist schon ein bisschen dicker geworden hier! Ja! Du auch noch! Ja! Ja! Hibernate! Du musst eine Höhle finden! Da hinten ist eine! Vollgas! Schnell! Schalter an den zweiten Gang! Oh mein Gott! Der Stein ist da drauf! Oh! Oh! Wir haben es geschafft! Das war jetzt das erste Level! Das wird natürlich immer schwerer und die Zeit wird immer weniger! Und wir müssen immer mehr essen, sozusagen! Es gibt auch Berries! Die haben wir jetzt nicht gefunden! Die sind in den Büschen! Die setzigen aber natürlich nicht so sehr wie die ganzen Fische! Von daher! Immer schön Fische essen! Ne? Die ganzen Sailments! Click to drive! Wuhuuu! Here we go! Bisschen einlenken! Bisschen einlenken! Ja! Gegenlenken! 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 Du Pussy! Hat gereicht oder? Ja! Haben wir doch hier einen riesen Fisch gefangen! Jetzt fress ihn! Kann doch nicht so lange dauern! In Reverse! Und... Rückwärtsflang! Alter! Pass mal auf hier! Pass mal auf! Sooo! Vorwärtsgang! 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 Der hat mir eine Vorfahrt genommen! Ah! Jetzt pack das Ding weg hier und... In den Vorwärts... Vorwärtsgang! Vor... Ja! Mein Gott! Das kann nicht so schwer sein! Einlenken! Andere Richtung! Andere... Ach! Das ist schon voll eingeschlagen! Geil! Jetzt kommt's hier rum, das Ding! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Da hinten! Da hinten! Nee! Andere Richtung! Andere Richtung! Ja! 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 Ein bisschen mehr! Zieh rum, das Ding! Oh! What the fuck! Nimm ihn! Ist zu groß! Zieh ihn runter! Oh! Oh! Ja! Los! Friss ihn auf! Oh mein Gott! Der ist zu groß! Ich krieg ihn nicht vorbei! Ich krieg ihn nicht in die Windschusscheibe rein! Oh! Den Tail haben wir schon mal! Oh! Ich kann ihn nicht mehr hochheben! Fuck in hell! What the fuck! Nimm ihn! Ja! Ich sehe natürlich jetzt richtig viel! Oh! Zieh ihn rum! Ah! Ah! Nein! Alter! Vorwärtsgang! 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 Vorwärts! Vorwärts! Vorwärtsgang! Ah! Ich hasse diese Steuerung! Die ist so sch... Warum geht es denn das nicht? Ich will nicht sterben! Los! Ja! Da vorne! Ein bisschen einschlagen! Ein bisschen einschlagen! Ja! Ganz vorsichtig! Wir müssen... Wir können damit Schritte fahren! Wir haben noch ein bisschen Zeit! So! Gib mir ein paar kleine Fische! Ich sehe keine Fische! Oh! Das darf alles nicht wahr sein! Mal pisse dich! Mal pisse dich! Ey! Da machen wir so gut die Fangen! Haben so einen gigantischen Fisch! Und können ihn einfach nicht essen! Was geht? Hier rum das Ding! Wisschen die Bodenhaftung verloren würde ich mal sagen! Boah! Gehen wir den noch rumgezickelt? Gehen wir den noch rumgezickelt? Gehen wir den noch rumgezickelt? Gegenlenken! 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 Und Gas! Ziehen da rein! Ziehen ins Wasser! Ja wie gesagt! Ich spielst so realistisch! Allein... Allein die Grafik und... die Physik... in diesem Spiel... Hibernate! Nein! 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 Gegenlenken! 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 So ein bisschen! Ja! Ah! Blockiert wieder alles zu unten! Komm schon wir schaffen es! Ich drücke ihn rein! Ja! Ich glaube nicht wie mit einem Handschmerz gerade! so für die Spannte Körpert angespannt in diesem Spiel ist der Frosnort der Yuki die Fisch im Bergste Fettner und von weniger Zeit bestimmt das ist ein Prozent Prozent von Nitzel gehen da hat sich nicht viel verändert nun jedes Jahr aufs Neue das ist und in unserer Welt die Chewie und durch den Park auf der Suche nach Fisch wollen wir eigentlich nicht verdammte Scheiße ok gegen einen Gas geben 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 die Reifen drehen durch weil die ist überall Schnee da hat man natürlich keine Haftung so vollgas durch den See komm schon ziehen rein ja das alles aber ihr würdet euch doch verarschen hier aber das sind Berries Berries bremsen gut los steck ihn einfach in den Mund rein du musst doch noch nicht rumkauen das sind kleine Berries aus wie Erdbeeren aus wie Erdbeeren Erdbeeren an Büschen ohhhh zieh rum ja 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 durch die Bäume durch hier gib Gas ok ok nimm mal den da hinten der klaut uns jetzt unsere verfickten Fische komm schon Bienen ah fiss ich hap raudi die ganzen Scheiß ziehen rein und nebenbei noch Multitasking Berries essen fisch ja das war ein großer dabei es war nicht so gigantisch wie der davor aber los ohhhh ja das hat doch einen dicken Bauch auch immer so viel Zeug bei uns grad hier drauf ich muss hier mal ein bisschen Platz machen sonst können wir gar nicht mehr fahren jetzt hau ab bisschen aufräumen ahhhh einlenken 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 ach das ist schon Maximum eingelenkt ok ziehen rum ohhh knapp vorbei gedriftet jetzt kann man nicht Full Speed sein ahhhh ganz auf Bremse deswegen ahhhh hab mich schon gewundert warum man nicht auf warum man nicht Gas geht richtig das heißt Zandtapfen der war jetzt auf der Bremse drauf aaaaaaaaa ohhh go überбиhrn er es muss noch reichen komm nein Ja hibernate, los! Nein, aber jetzt ganz schön richtig. Oh, da blockiert wir alles. Hopp! Da hinten, da hinten, da zückte man jetzt rum, um den Baum. Oh! Damn! Junge! Oh my gosh! Du schlappst zu lange! Oh my gosh! Das heißt, wir haben weniger Zeit, weil wir verschlafen haben. Winter ist in... 3 Minuten! Wir haben 2 Minuten weniger Zeit. Aber wenn wir das so machen wie gerade eben, müssten wir es eigentlich locker schaffen, würde ich mal sagen. Gut. Müssen einlenken. Da hätten sie schon mal den ersten Teich. Nehmen wir uns auch, aber nehmen wir da hinten, oder? Ja, ein Afro, der Bär! Ach du Scheiße, was ist los? Ach, weil er verschlafen hat, deswegen... Oh mein Gott, der hat ein Afro! Also nur so ein Oldschool-Afro! Haha! Ist das geil! Hier rum! Oh ja, oh ja! Warum kann der eigentlich keine Bienen fressen? Los! Jetzt fress ihn doch! Oh! Nein! Was machst du denn? Scheiß Bienen, das verpisst euch! Aus meinem Wagen, Alter! Habt ihr nichts zu suchen? Oh! Greta, du auch! Hau ab! Hier rum, hier rum, hier rum! Nice! Ja, Transsepte sind auch gut, die wollte ich jetzt aber nicht haben eigentlich. Zieh ihn rum! Ja, gerecht! Warum ist immer nur einer? Kann nicht wahr sein, jetzt ess ihn! Komm! Reverse, reverse! Ah, blockiert schon alles! Blockiert! Hau ab! Die Hälfte von der Seite ist rum! Ich muss das Ballen! Hier komm! Einschlagen! 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 Bremsen! Bremsen! Vorwärtsgang! Ja! Ich glaub wir müssen uns verhindern! Weil hier vorne springt keine Fische mehr, ne? Da ist alles schon leer! So geil ist die Fische einfach mal ein Pfützenleben, ja! Okay, gegenlenken, gegenlenken, gegenlenken! Fass es und lenken doch mal richtig an, Junge! Ja! Zieh ihn rein! Was? Ich war da drinne! Verarsche! Rein zur Verarsche! Verpiss dich! Guck mal, die sind... Warum sehen die guckt? Die sehen ganz anders aus! Das ist gar nicht richtig in Bär, ne? In einem Auto da drinne! Jetzt Fahr! Nehm das Lenkrad in die Hand! Junge! Ja! Ja! Huh! Was zur Hölle! Ah! So viel Fisch! Den auch noch! Zieh ihn runter! Ah! Ah! Los! Hibernate! Hibernate! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Reverse! Huah! Müssen einlenken! Müssen einlenken! Einlenken! Nee! So Richtung! So, so in die Richtung! Fisch! Hau ab! Nein! Nein! Ihr müsst alle weg! Los! Wir haben keine Zeit mehr! Oh! Immer noch Reverse! Ha! Verpiss dich! Ich brauch dich nicht mehr! Nein! Und! Los! Ah! Ja! Oh! Da hinten! Nein! Da hinten ist schon gut! Das ist meine Höhle! Die nimmst du mir nicht weg! Wir steuern langsam! Aber gut! Auf die Höhle zu! Oh! Alter! Hör auf, ey! Huuh! Full Moon! The Badgers are restless! The fish have been overfished! Badgers, für eurem Freundin, das heißt Ducks! Das heißt, die ganzen Dachse haben einfach mal die ganzen Fische aufgefressen! Wir müssen uns jetzt wirklich in vier Minuten von Berries satt fressen! Naja, das ist doch wunderbar! Weil Berries, die machen einen ja auch richtig satt! Was? Gleich gecrashed! Aber bist du bescheuert, Junge! Ah! Hast du denn Verlaubnis gemacht? Mein Gott! Das war unfair! Bremsen! Vorwärtsgang! Vollgas! Hau ab! Hau ab! Mancher wird mehr Power als deiner! Los! Verfass dich! So, züggen ihn rein! Züggen ihn rein! Züggen ihn rein! Bremsen! Bremsen! Ah! Berries! 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 Nimm ihn! Kann ich schon mal Rückwärtsgang reinpacken hier und bisschen kurz Rückwärtsfahren? So, und das ist halt das mal den Barry noch auf hier. Vorwärtsgang rein und einlenken und Vollgas! Ja, ja! Bremsen! Bremsen! Drei Barrys! Oh mein Gott, nur noch zwei! Ah, los, 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 los! Äh, wohin, wohin da hinten? Da hinten, 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 da hinten! Aaaaaah! Da sind noch Fische drin im See! Wo sind da grad welche gesprungen? War nicht dumm! Wow Hätt da noch nie mal einen dicken Bauch! Wie soll man das jetzt schaffen?! Mit Barrys! Aaaaaaah! Nimm ihn! Jaaa! Richtig ab, richtig ab! Da haben genug Barys hier! Du musst ihn was nehmen! Ich hab mir den Nummernschild aufgeschrieben. Du wirst zur nächsten Zeit was von meinem Anwalt hören. Der ist ja noch nicht mal dick. Jetzt frisst die scheiß Dinger auf hier. Komm schon. Ja, das mit Berries klappt ja super. Wie man sieht wird der überhaupt nicht dick. Gegen lenken. Ja. Zieh rum, zieh rum, zieh rum. Und Bremse. Drei Berries. Nimm ihn. Ist okay, ist okay. Reg dich ab. Los. Weiter gehts. Hopp. Vogel, Alter. Vogel. Ja, da ist noch eine Barry hier mal auf. Oh, wuh. Slalom, Baby. Slalom. Okay, und. Es wird endlich mal dick hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll man das schaffen? Oh. Oh. Okay, reicht noch nicht. Aber ich glaub in der nächsten. Noch ein Busch. Dann müssen wir eigentlich voll sein. Ist doch erst das zweite Mal das kurz anzocke. Am ersten Mal habe ich nicht mal das erste Level geschafft. Ah. Ah. Werde. Ah. Zwei sogar. Triss ihn noch. Ist auch gleich. Du kannst du alles essen. Ah. Egal. 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 Gib Gas. Oh mein Gott. Haut doch mal ab hier. Ich kann nichts mehr machen. Ah. Was. In aller. Welt. Ihr versaut mir alles. Bis euch. Oh. 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 Und weg mit dir. Weg mit dir. Wo soll ich hin machen? Oh. 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 Vielen Dank.